Servus, liebe Leute! Heute stellen wir uns mal eine Frage, wie verteidigen wir denn den Royal Giant? Das schauen wir uns heute mal an und er kommt natürlich auch mit dem Royal Giant. Wir machen jetzt erstmal eigentlich gar nichts, setzen erstmal die Wächter hin und schauen erstmal, dass wir den Minipacker erstmal easy down kriegen, damit wir es hauptsächlich auf den Royal Giant auslegen können. Aber ansonsten, ich warte auf den Royal Giant gerne und dann können wir schon mal es positionieren, damit wir den Royal Giant, nein, wir positionieren noch gar nichts. Aber mal schauen, was wir machen. Der erste Weg, um den Royal Giant wirklich außer Gewicht zu setzen, ist es zu warten und dann mit einem Inferno-Turm zu kontern. Ihr seht, er ist jetzt in Reichweite, wir setzen Inferno drauf und der Royal Giant schmilzt. Sehr gut. Royal Giant down und ja, was gibt es noch sonst zu tun gegen den Royal Giant? Ihr seht es gleich wieder. Nein, wir lassen es jetzt einfach laufen. Er kommt mit dem Miner, das ist natürlich eh nur ein Hash Fight, also wieso greift er dann meinen Dauer an? Also richtig unnötig. Ihr habt es gesehen, Inferno-Turm kann man gegen den Royal Giant auf jeden Fall mal gut verwenden. Was kann man denn noch machen? Ich hoffe, er kommt gleich wieder mit dem Royal Giant. Wir setzen mal die Wächter hier hinten an. Wächter natürlich auch ein guter Konter, aber die ziehen leider nicht so viel ab. Das ist das ganze Problem. Mini Pekka ist mein nächster Konter gegen den Royal Giant. Royal Giant kassiert natürlich vom Mini Pekka gehörig. Zum Mini Pekka kann man natürlich auch noch eine Lakai in Ordnung setzen, ohne das Ganze noch ein bisschen beschleunigen. Und warum macht er das jetzt kaputt, Mann? Mann, Mann, Mann. Okay, wir setzen Barbaren, dann kann man Kobalt hier setzen. Also alles, was ich in dem Deck drin habe, hilft gegen den Royal Giant. Ohne Witz, ich kann es euch nochmal sagen, die Wächter helfen gegen den Royal Giant. Natürlich nimmt das nicht alles in Kombination mit, sondern nimmt das alles einzeln mit. Immer nur eine Karte oder zwei vielleicht. Ihr braucht ja nicht alles. Setzen wir hier mal den Inferno-Turm hin. Kommen hier und dann zeige ich euch nochmal den Mini Pekka, dass der richtig abgeht gegen den Royal Giant. Die Lakai in Ordnung brauche ich euch nicht zeigen. Hier, ihr seht's, bumm, bumm, kein Treffer trifft er hier. Alles gut, also die Wächter sind stark, der Inferno ist stark, wenn er richtig eingesetzt wird. Die Barbaren sind geil, die Kobolde sind mit Kombination mit den kleinen Skeletten ziemlich gut. Und der Mini Pekka, wie immer, geil. Und sonst eigentlich alles gut, was hier drin ist. Das kann ich nur empfehlen zu verwenden. Ansonsten müsst ihr euch überlegen nochmal. Ihr könnt hier einfach den Inferno setzen. Der Royal Giant läuft ja nicht mehr zurück. Und er wird fokussiert. Nein, wird er nicht. Er ist so, dass der Mini Pekka fokussiert. Aber dann wird er fokussiert. Und dann ist er auch wirklich schnell schnell fratze, der Royal Giant. Ja, aber ein kurzes Beispiel-Ergebnis hier. Ist gerade geil, wenn wir verlieren. Ich wollte es euch nur zeigen. Ich wollte es auch nicht ernst spielen. Das ist auch irgendein Deck. Alles Gute sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Like da. Und wir schauen mal, ob wir das häufiger machen. Wenn eine Truppe gerade so überbaut ist und keiner weiß, wie man sie kontern will, dann werdet ihr solche Videos öfters sehen. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich dann raus. Und wir schauen uns noch einmal an, wie wir den Royal Giant mit dem ganzen kleinen Kram hier verteidigen. Hier ist jetzt kein Hitler noch drauf. Und man sieht sich bei einer weiteren Folge Clash Royale. Ciao, ciao Jungs und viel Spaß noch.